Abgesehen von einem böhmischen Gefreiten hat noch nie jemand so viel Unglück über Deutschland gebracht wie diese ehemalige Bundeskanzlerin. Herr Kollege Keuter, wir sind ja ein freies Land und ein freies Parlament. Man kann hier in diesem Parlament alles sagen und jede Meinung äußern, auch wenn ich in die Gesichter schaue, viele ihrer scheinbaren Fakten hier niemand teilt. Aber was nicht geht, sind persönliche Beleidigungen und was auch nicht geht, ist, so en passant Personen aus der Politik dieses Landes gleichzusetzen mit solchen, die im Nationalsozialismus Macht hatten. Deswegen sage ich Ihnen ganz klar, das ist unparlamentarisch und das werden wir in diesem Haus nicht dulden. Herzlichen Dank.